Hallo liebe Leute, Willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands mit dem Sachsen-Less-Player, dem Mac Marmoth, den Freezy und wir sind weiter auf der Tour nach den großen Missionen. Hallo. Hi Leute. Wuhuu. Ja lass mich einfach mal stehen. Das Penner. Oh. Moment. Lass mich stehen, ich komm. Neigendes Auto. Ah, das ist neigendes Auto, gut. Das wär uns erst aufgefallen, wenn wir ausgestiegen wären. Weiß auch, wo ist Hitchab? Hier kann ich wenigstens das Radio ausschalten. Ey hier ist so ein Transporter. Wollen wir? Ja direkt machen, komm komm komm. Das war's mir. Okay. Wo, wo, wo? Hitchab? Ey Hitchab ist zu scheiß. Ja ich suchte doch was. Wenn ihr seine Bürde nicht hier vor mir wär's vor mir, alter. Ja ich. Ich schieß auf die Reifen. Vorderreifen. Platt. Hinter uns die. Ich kann den Vorderreifen durch abschießen, ne? Achso ja. So geht's nochmal auf den Fahrer. 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 Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Boah ey Schiff. Wir schießen da auch noch auf mich. Am. Das Auto ist sauber. Wir müssen hier raus. Äh Leute. Was sagt ihr hier? Tut man hier nicht so. Es kann hier. Nein, nein, nein. Geht noch. Gut. Markiert die Scheiße bitte. Ich hab markiert. Gut. Einer. Mein Gott. Hier brennt alles, ey. Ach Leute. Schieß doch mal bitte jetzt die Daumen. Die da noch sind. Das gibt's ja gar nicht, ey. Daun. Jedes Mal wär ich hier nach markierend weg im Ballade. Wo liegst du denn? Ja steig ein. Ich bleib hier liegen. Ich krieg dich hinterher. Oder haut ein Seil hinten ans Auto. Hängt mir einfach hier mich an. Ja. Wo ist nitsch? Ist du gerade gesprungen? Ich hab gesprungen. Ich hab gesprungen. Ey. Hier sind halt auch immer noch welche. Okay. Haben wir die Mission jetzt erfolgreich? Ja. Die Mission ist abgeschlossen. Hat man erfolgreich, ja? Ja. Okay. Dann lass bitte dorthin gehen. Da gibt's ja einen Schubschrauber. So. Oh Mann. Der hält bestimmt noch lange. Benni, ist markiert. Ja. Wo bist du hin? Benni, wo bist du hin? Es ist markiert. Ja. Und markiert im Sinne von? Hinter dir. Genau. Ich wollte der gelben Story. Ja, ich wollte auch. Ich hab auch gedacht, was hat Manus denn jetzt? Die blaue. Wir haben dann eine blaue, oder? Nein. Die haben wir nicht. Oh. Das ist nur du. Dann fahr immer weiter hier. Aber da hinten ist es ja. Ne stopp. Da ist ein Hubschrauber. Da ist es nicht. Da ist nur ein Hubschrauber. Ach. Du hast die Mission markiert, da war Randy schon richtig. Du hast den Hubschrauber separat markiert. Richtig. Ja jetzt sagen wir sollen. Weil das echt weit weg ist und wir müssen auch noch durch ein anderes Gebiet. Ja. Hallo. Können wir uns den ausleihen? Ja. Danke. Zu geil hier, ey. Was ist denn mit dem passiert? Manchmal gibt es schon Dummheit keine Worte. Ohne Scheiße, Alter. Achso, da auch. Alter Schwede, ey. Geparkt halt. Ja, geparkt halt. Taktisch geparkt. Ja, übrigens drüber geparkt. Dich habe ich nicht mehr gesehen. Also ohne Witz, du warst bei mir dort nicht. Also jetzt ohne Scheiß. Also entweder Deasing. Jetzt holt er wieder die Deasing-Klamotten raus. Ja. Wurde sogar berichtet von der GameStar heute. Große Deasing-Probleme. Toll. Was machst du jetzt, wenn so ein Pfahl ankommen und wir voll auf den Rücken gegen fahren? Ja. Oh, die Insel ist voll, aber die haben schöne Hubschrauber, oder? Was wollen wir hier? Das ist nicht falsch. Das ist die falsche. Könnt ihr die bitte erschießen? Das wäre cool, ja? Oh, hier rumlabert. Hier gibt es noch Orten, wo wir jetzt hier, wenn wir einmal drüber fliegen. Das ist eigentlich in Magistuch. Genauso wie drüber. Ja, éh, collecting Map burner. Ich bisschen hochwerden sind. Boah. Da schmeißt du? Äh… Allo. LoL. Was denn jetzt hier die Granaten auf die Hubschrauber ohne Mist? Mein, weil das ist ja schon an Dummheit nicht mehr zu betreffen. Die sind doch in den Speed Bungs. Was ich überhaupt frage. Ich war das nicht. Ja, ich weiß da, wer es war, vom Daher mal frag' Me, 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 mi. hey die expedition alle, vollgemacht manes keine munition mehr warum nicht immer so out of mana ich hab auch keine munition das geil ach weißt du was da schieß ich einfach mit der pistole herunter ist mir auch egal haben wir dennoch hinter uns hinter uns frisien gekriegt ist unten von einer kochner keine ach ich kurz aus dem arsch das ist gar nicht mehr normal was denn im kampf getötet wenn beide runter springen und habe es leider wieder nicht geschafft den 3 schon mich nicht jetzt gespawnt was bambus gut gute bambus zählt zu den härtesten metallen auf der welt bambus in metall ist ich hab auch mal ne waffenkiste geboren ich hab auch keine munition mehr aber auf der insel gibt es bestimmt nachschubkiste geister ich hole ich wir haben ja keine nachschubkiste du stehst heute nicht stehe auf ja nicht nur du hier ist nichts markiert wo ist denn jetzt der manus wieder auf der insel muska matrushka das ist mir gar nicht aufgefallen er guckt dir das an er wird tötet die denn er fragt ja ja ich habe wo ich es ausgesprochen habe war schon spiel hier war wahrscheinlich schon wieder klar ja aber das ist eine nötige beweise steht auf bücher mit frauen das anfang da ich hole mir jetzt noch die dokumente das sollte man dann jeder hat zum boot nehmen da unten ich überlege nur gerade haben ganz viele keine munition hier auf der insel weißt du wie scheiße gar mir das ich brauche ja munition das ist das was ich brauche ja aber hier auf der insel gab es nichts wer ist ein boot man lassen mal ich habe hier die nächste ist 700 meter weg dann haben wir mit dem boot dahin fahren man los war nicht nur eine fensterbote ich nehme das wirklich richtig coole boot er sagt doch ganz links ja ich nehme das richtig coole boot junge was sind wir denn wo ist ja denn leute wir brauchen jetzt mit drei stunden bis was schon das ist wenn die gestorben warum denn überhaupt das spiel hat gesagt das waren zu viele misch ist er hat so viele geisel getötet ist aber ja aber das problem ist halt das ist halt in unserem einfluss halt auch einfach ach das sind rebelle ja ja gute frage ich hab auch leute ist ja nicht euer ernst und ich denk mir so der sieht mich nicht und baller den voll in den kopf rebelle getötet steht dann da oben und das passt doch was das ist kein stock ja komm mal tino lass uns hier direkt den helien daneben also wenn du mal die specks anguckt dann hast du mit einem standard lauf eine höhere präzision und eine höhere reichweite aber irgendwas geht runter moment die rolle damit es geht gar nicht damit geht da irgendwie entwerbt geht auch dann ja handhabbarkeit geht hoch das ist alles mit dem kurzen lauf ja direkt nehmen hier noch unabhängig viele beziehungen und medizin punkte dann habe ich die drohne nämlich fast durch sooo sag halt einfach dass du direkt hinfährst und wir dich nicht mitnehmen sollen richtig ich weiß nicht ob das hier was wird soo 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 wir müssen auf jeden fall ohne entdeckt zu werden ist die mission hier noch mal so zentro ich habe nämlich jetzt schon viel batterie und reichweite ja passt auf der oben seite nichts eindeutiges wir haben doch bestimmt abhörgeräte im gepäck versuchen wir es da wo viele vips rumhängen vielleicht verrät uns einer wo sich der assistent rumtreibt ich melde mich wenn wir was hören denken sie dran die wanzen sind zwecklos wenn man sie sehen kann wir haben noch ein paar gespottet manzen setzen und weg wie schatten in der nacht mal ins haus wir müssen immer die wanzen setzen ich kann sagen wir müssen wanzen platzieren ja aber im haus scheint keiner zu sein ne was ist denn wenn wir leute töten aber die leichen nicht entdeckt werden dürfen wir das was ohne entdeckt zu werden ist eigentlich ja wow also den da oben müssen wir glaube ich wegknallen wow ich krieg mal den auch warte mal ich kann den hab doch jetzt gerade dieses weglocken gelernt ja kann man das denn auch ok warte mal ich glaube wir kommen auch warte mal der läuft gerade mit dem rücken zu uns der geht weg wow fuck ich denke da kommen wir auch so rein ich hab nicht mehr ich weiß nicht mal wie man hier hochkommt vorne vorne rum müssen wir hm 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 wie kann man denn diese das unlockmittel rausholen wo holt man das raus da weiß ich nicht ah da war ich mich wohl da die FARC hat Kokain von Bolivien nach Mexiko gebracht die FARC verschwindet und neue leute kommen rein Santa Blanca verschwindet und wer kommt dann scheiße ich meine Santa Blanca hat verdammt viel getan um die Kokainindustrie in diesem Land anzukurbeln und die Logistik das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein bis das nächste Kartell anrücken doch oh mein Gott sind wahrscheinlich wirklich vorne rein ne ok warte mal hier könnte es vielleicht hoch gehen vorne hoch oder shit alter ach geht doch ey dumm ne doch nicht sah so aus ich bin oben dein Vater aber bitte ja ja ich bin auch oben endlich ey äh ich laufe jetzt gerade unter der links lang wo die zwei Typen drauf patrouillieren oh da blinkt einer vorwicht frage kann ich ne den kann ich nicht ausschalten das wird nicht irgendjemand wird gesehen sie bleibt dort sie wird so von hinten ausschalten ey warte kurz für sie nicht ja ne ne alles klar dann knall ihn doch ab nein geht doch da rum ist doch alles gut ey warte 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 ich bleib hier erstmal stehen einfach ja mach gut erstmal allein das Ding bin drin platzier die Wanzen und gut ist hab ne Wanze ja warte noch zwei pass auf hinter dir läuft einer der kommt hier gerade an uns vorbeigelaufen der geht jetzt gleich links in die Tür da rein ist drin ging nicht anders das wird knapp ok setzt die nächste wenn der Typ vorne rum kommt knall ihn ab alles klar aber erst wenn er ganz rum ist ja ähm fuck oh Gott die ist ja drüben im anderen Gebäude siehst grad hier ist ich bin drüben drin ab die letzte Wanze gut komm raus da wir müssen ab wir müssen ab und wir müssen ab und jetzt schon ein Skillpunkt noch ne ja lass uns erstmal die Mission hier Ende machen hier können wir immer noch hinkommen und genau den Typ hast du weggeknallt oh fuck ja kannst raus ok wuuuuh ok wir sind draußen äh was jetzt verlassen sie den Bereich unentdeckt ok wir müssen hier aus dem Bereich raus aus den gelben mhm dann lass uns zum Heli und dann können wir hier oben landen das ist ja kein Thema lass das mal zum Heli abhauen yeah das war gut ey das war echt gut können die ja ich bin unten am Strand da können wir mich gerne aussehen so wir haben's ja läuft doch nice hat Bock gemacht gerade ey alles klar nur mit Ende und warte ah ok warte mal wir haben einen neuen Marker gekriegt finden sie den Assistent ok wir müssen rüberfliegen zu dem Assistent lass schnell den Punkt holen hier dann holen wir Randy ab wir holen schnell den Assi und dann haben wir die Mission nämlich abgeschlossen ja fuck boah jetzt kannst du ja wieder bis ja wir müssen mit dem Heli hoch ja wir müssen mit dem Heli hoch türfix renn die oder kommt gleich mit rein in den Heli ich mach das ich fliege ich mach das ich fliege wenn die kannst äh andere Seite ach ne passt 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 so schießt mal die drei Typen hier noch ab die da noch rumlungern weil mehr ist es nicht noch einer hinterbauen habe ich noch 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 ansteigern bei den Typen oder wollt ihr den Typen der trick ist lauer und abflug wo ist der punkt überhaupt hier ja da ein kleines aber ich bin ein bisschen an den lambo gekommen beim landen mag er nicht so so und wieder ein das ist die nächste mission kassitas assistent was ist die nächste mission ist nein das ist die mission das ist die noch also leute man muss auch so ein helikopter mal von unten waschen was war das denn vorne rechts helikopter jo macht nichts werden ja nicht gesucht aktuell nur mal kurz schauen ob hier feind aktivität ist was war auf was ballert ihr ich habe hier wurden geballert ich war ich packe mal okay ohne konnte ich jetzt auf die schnelle nix wurden ich würde aussteigen randy na gut ich hab's gesagt in rosantes parkverhalten finde den kassitas assistenten ja aber lass trotzdem mal sachte machen hier wo ist der assistent der muss irgendwo hier sein irgendwo in den gelben bereich assistenten von einem casino und so verdreckten dingen hier vor allen dingen wie sieht der aus wie ist das da mal hier drüben auf jeden fall irgendwo feind sein wo ist der typ echt die frage wo ist der typ ich sehe ich sehe kassitas helfer ich habe ihn irgendeinen hat er gewonnen ich habe ihn ich habe ihn ich habe Geld er erwerbt sich ach da macht dich jetzt noch dieselbe schiene oh cornflakes willst du ein paar alter der ist ein bisschen stärker wie der zuletzt okay alles klar ich habe ihn so jetzt das ist easy ähm äh ja ich mach mal der helfer ist tot ich wiederhole der helfer ist tot es wird nicht lange dauern bis kassita die sache selbst in die hand nimmt ja alter was hat der für eine bumme hier wie er edel aus ich kann aufnehmen na gut fertig ja liebe leute das war es dann für diese folge schaut bei den anderen vorbei ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann tschüss tschüss